In dem ersten Beitrag habe ich dir ein paar fundamentale Informationen zur Langlebigkeit gegeben. Heute vertiefe ich dieses Thema um ein paar Punkte, die ich bei dem ersten noch nicht genannt habe. Das Thema ist sehr umfangreich. Auch nach dem heutigen Beitrag ist das keineswegs ausgeschöpft. Und zum Schluss werde ich dir nicht nur die Hinweise geben, wie du mit den Ergebnissen der Wissenschaft umgehen kannst. Ich werde dir auch Hinweise geben, wie du das praktisch umsetzen kannst. Die Menschen auf Okinawa scheinen das Richtige zu tun, um lange zu leben. Die pflegen einige Gewohnheiten in mehreren Bereichen, sowohl im Bereich von der Ernährung als auch von der Fitness, physikalischer Fitness, aber auch geistiger Fitness. Die legen auch großes Wert auf spirituelle Angelegenheiten. Die Kinder bekommen Informationen über Naturgeister oder sonst welche Gottheiten, die die Leute verehren. Die Japaner sind prinzipiell spirituell orientiert. Zu 80 Prozent pflegen eine traditionsreiche japanische Religion. Shinto-Schreine sind überall zu sehen. Tausende davon geweiht unterschiedlichen Gottheiten. Das bedeutet, die Leute sind in der Lage, von einer Seite einen technischen Fortschritt mit der Spiritualität durchaus zu verbinden. Sie pflegen eine positive Lebenseinstellung. Sie treffen sich gerne zu unterschiedlichen Anlässen, pflegen Gewohnheiten, die Jahrhunderte oder Tausende von Jahren bereits alt sind. Die spielen zusammen, die tanzen zusammen, die unterstützen sich gegenseitig. Die sind prinzipiell positiv eingestellt. Also diese geistige Komponente, das haben auch die westlichen Wissenschaftler schon bestätigt, dass eine positive Lebenseinstellung auf jeden Fall sich auch positiv auf die Lebenslänge auswirkt. Die lassen sich nicht stressen. Die sagen, okay, das, was ich heute nicht gemacht habe, mache ich morgen. Das bedeutet nicht, dass sie sich weigern, irgendetwas zu tun, dass sie faul sind. Nein, ganz im Gegenteil. Die sind sehr aktiv. Und die sind sehr aktiv auch im heuren Alter. Die gehen davon aus, wenn ich irgendetwas immer wieder gemacht habe, dann mache ich das auch weiter, auch wenn ich 95 bin. Das ist eine Einstellung, die in dem Westen ein bisschen anders gepflegt wird. Wir leben in dem Westen sehr viel unter Stresssituationen und gehen davon aus, okay, wenn ich in die Rente gehe, dann kann ich endlich abschalten. Da kann ich endlich mich in Ruhe setzen und nichts tun. Dieses Nichtstun ist nicht besonders gut für eine Langlebigkeit, hat man eben auf der Okinawa gesehen. Die sehen diese Umwelt auch eben in spirituellen Augen. Die pflegen die Pflanzen mit einer bestimmten geistigen Einstellung. Und die wollen diese Pflanzen selber pflegen. Die gehen davon aus, dass sie in der Natur, in der Symbiose leben. Und das wirkt sich auch sowohl positiv auf die Pflanzen aus, als auch auf die Menschen selber. Natürlich gibt es die Frage, gibt es einen Sinn, den eigenen Garten zu pflegen? Wenn du zum Beispiel ein Haus hast und ein bisschen Grünstück um das Haus herum, wäre theoretisch möglich, dass du dort ein paar Beete einrichtest und selbst dein Gemüse züchtest. Aber ob das Sinn ergibt oder nicht, diese Entscheidung triffst du selber. Wenn du sagst, okay, ich fahre lieber zum Supermarkt, kaufe dort die Sachen ein, dann musst du gleichzeitig akzeptieren, dass die Sachen, obwohl vielleicht Bio draufsteht, nicht ganz Bio sind. Bio-Verordnung ist löchrig und garantiert keineswegs, dass du dort keine giftigen Substanzen drin hast. Die lassen sich auf einer Fläche nicht beschränken. Die fliegen durch die Luft, die kommen mit dem Wasser runter oder sonst wie. Das bedeutet nur dann, wenn du selbst das Ganze einbaust, weißt du, was du gemacht hast. Gleichzeitig bewegst du dich. Die Menschen bewegen sich auch gerne. Also die sorgen für körperliche Fitness schon dadurch, dass sie zum Beispiel viel in dem Garten arbeiten. Das ist also eine Sache, wo man sagen kann, da treffen die Japaner, die mehrere fliegen mit einer Klappe. Jetzt komme ich zu der Ernährung. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Harahachibu, dann wurde ein Japaner darunter eine Empfehlung verstehen, mit der Essensmenge sparsam umzugehen. Das zeigt sich auch schon bei der Gewohnheit, wie man die Speisen zubereitet. Also man isst mit Stäppchen. Das bedeutet, das Essen wird in kleinen Stückchen zubereitet, dass man mit den Stäppchen das tatsächlich fassen kann und ins Mund bewegen kann. Die Teile sind also klein und dann kauen sie das ausführlich sehr gut und eilen dabei nicht. Die Ruhe wirkt sich hier natürlich positiv aus. Es ist zu bedenken, dass dein Mund die erste Instanz bei deiner Verdauung ist. Das bedeutet, wenn du das überspringst, wenn du die Speisen, die du zu dir nimmst, dort nicht richtig zerkaust, bis sie flüssig sind und gut mit Speichel vermischt hast, dann hast du einen Verdauungsprozess übersprungen. Dann kann das später nicht mehr nachgeholt werden. Und wenn du hastig isst, dann bekommst du ziemlich spät das Gefühl, dass du ausreichend viel gegessen hast. Dieser Spruch Harahachibu bedeutet, dass die Japaner die Menge an Essen bis auf ca. 80% des möglichen Magenvolumens fühlen und weitergehen sie nicht. Hier ein Hinweis für dich. Dein Magen ist faustgroß. Schaue bitte, was du auf deinem Teller hast. Passt das dort rein? Oder hast du eventuell zu viel genommen? Das sind also anscheinend Kleinigkeiten, die aber hier eine entscheidende Rolle zu spielen scheinen. Diese Langlebigkeit, da habe ich dir schon in dem ersten Teil gesagt, es gibt kein Gen, der für diese Longivity zuständig ist. Nein, das ist eine Summe von vielen, vielen Faktoren, die zusammen diese Ergebnisse ergeben. Auf die Lebensweise der Menschen auf Okinawa bin ich aufmerksam geworden beim Lesen eines sehr interessanten Buches von Dr. Michael Nels, und zwar Alzheimer ist heilbar. Dr. Nels hat inzwischen sehr viele Bücher zu Demenz geschrieben. Dort analysiert er ganz genau die Ursachen davon und er sagt, von deiner Lebensweise ist das abhängig. Und er zeigt eine Abhängigkeit. Er sagt, da sind zwei Enden von dem gleichen Stock. Entweder sorgst du nicht für eine langlebige Lebensweise und dann bekommst du Demenz. Oder du sorgst dafür, dass du diese Demenz nicht bekommst und dann hast du die große Chance, auch lange zu leben. Die Bücher von Dr. Nels würde ich dir empfehlen. Dort findest du sehr, sehr viele Hinweise darauf, woher das kommt und vor allem, was du dagegen machen kannst. Und das, was Dr. Nels herausgefunden hat und die Lebensweise der Japaner das bestätigt, die richtige Ernährung geht in Richtung mediterrane Ernährung. Das ist nicht direkt das, was die Italiener zum Beispiel essen. Das ist ein bisschen anders. Vor allem die Mengen sind kleiner, aber dann auch die Zusammensetzung. Die Japaner verzehren zum Beispiel mehr als 60 Prozent von Süßkartoffeln. Danach kommt Reis oder andere Gemüsesorten, sehr wenig Fleisch, etwas Fisch dazu, ein bisschen Fett und damit kommen sie gut weiter. Dr. Nels weist auf Omega-3-Fettsäuren hin und zeigt, dass das auch wesentlichen Einfluss auf deine Langlebigkeit hat. Es gibt weitere Punkte, die dort zu nennen sind. In der Beschreibung werde ich einige Titel von Dr. Nels auflisten, dass du dir das eventuell besorgen kannst. Und das, was ich als Lehrer aus seinen Empfehlungen, aber auch von der Lebensweise der Menschen auf Okinawa entnommen habe, ist, ich esse wenig. Auf einmal sind das kleinere Portionen. Auf unserer Webseite gibt es einen Blogbeitrag, wie ich mich ernähre. Kannst du gerne einen Blick drauf werfen und gucken, ob das vielleicht zu dir passend ist. Dort findest du einige Anregungen. Also, Intervallfasten kommt auch gut und deine mentale Einstellung ist von entscheidender Bedeutung. Ich gehe gerne spazieren. Ich befasse mich mit aktuellen Themen, vermeide aber diese ganze negative Flut von Informationen. Ich kann dir nur empfehlen, davon Abstand zu nehmen. Das Einzige, was du dadurch erreicht hast, dass du in Angstzustand verfällst. Und das ist alles andere, als für dich zu empfehlen. Das ist eine destruktive Wirkung, die deine Gesundheit auch ruiniert. Versuche, die Bestandteile deines Lebens zu betrachten, die Freude bereiten. Geh mal da rein. Mach das, was richtig Spaß macht. Treffe dich mit Menschen. Sei fräulich. Unterstütze gerne andere, die werden dich auch unterstützen. Und führe ein erfülltes Leben. Nur das bringt dich weiter. Selbst wenn die Welt morgen untergehen soll, ist es besser, diese Lebenseinstellung beizubehalten, als jetzt in Angstzustand zu verfallen. Das wird auch deine Gesundheit kräftig unterstützen. Falls du Fragen hast, kannst du gerne in den Kommentaren schreiben. Falls du vielleicht Wünsche hättest, was ich bei meinen künftigen Videos als Themen besprechen kann oder soll, schreibe ebenfalls. Und falls du Interesse hättest an meiner Unterstützung, kannst du mich gerne auch kontaktieren. Es gibt inzwischen einige Menschen, die sich bei mir gemeldet haben und ich sie auch berate. Ich wünsche dir alles Gute und werde mich freuen, dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ade. Ciao.